So, Servus zusammen und herzlich willkommen zu der Gewinnerermittlung vom letzten Video. Und zwar ging es ja um Interplus 356 in der Spraydose. Das wollte ich ja verlosen, beziehungsweise das wird jetzt verlost. Und wir machen es jetzt nahezu live. Und zwar haben wir jetzt die Uhrzeit 18.03 Uhr Sonntag, den 21. Februar 2021. Ich aktualisiere nochmal die Kommentare, damit es fair ist. Der letzte Kommentar, soweit ich jetzt erkennen konnte, war jetzt vor genau zwei Tagen und hatte auch den Hashtag Interplus. Jetzt werden wir folgendes ermitteln. Wir ermitteln jetzt erstmal alle Kommentare, die den Hashtag Interplus beinhalten. Da schauen wir jetzt mal. Da haben wir jetzt insgesamt 27 Kommentare, beziehungsweise 17 Übereinstimmungen. Entschuldigt bitte. Das sind genau jetzt 17 Übereinstimmungen. Aber ich glaube, er hat nicht alles geladen. Deswegen müssen wir nochmal hier aktualisieren. Also einmal nochmal durchscrollen oder die Ergebnisse hier mal auf 100 stellen. So, nochmal go. Ach, ich habe auch eine Testversion hiervon. So, jetzt haben wir hier insgesamt alle Kommentare angezeigt. Das sind genau 27 Kommentare sind es. Das heißt, wir werden jetzt zwischen 1 bis 27 verlosen. Dazu nehmen wir uns jetzt hier einen Generator für Zufallszahlen von Google. Wir tragen jetzt hier 27 ein und drücken jetzt ab jetzt sozusagen Giltz generieren. Und das ist die 14. Also Kommentar 14 hat jetzt gewonnen. Wir schauen jetzt mal, wer die 14 jetzt hier hat. So, 1. Wir gehen jetzt hier mal durch auf die 14. Und da war sie schon 14. Frank Benz. Nee, Frederik Benz. Entschuldige bitte, Frederik. Du hast gewonnen. Und zwar scheinbar hat er jetzt auch hier ein T4 gekauft. Der Ross lässt sich zwar entgrenzen und so weiter und so weiter. Und er möchte auch Interplus verwenden. Also Frederik, ich pinne dich jetzt hier mal oben an. So, anpinnen. Damit bist du ganz oben in der Liste. Ich schreibe gleich nochmal einen Kommentar unter sozusagen den Pin. Und dann nehmen wir kurz Kommunikation auf. Du schreibst mir kurz eine E-Mail. Dann schreibe ich dir eine E-Mail zurück mit einem Code. Den trägst du einfach in den Kommentar unten rein, damit ich sehen kann, dass du das wirklich bist. Und dann schickst du mir nur noch deine Adresse zu und du bekommst das Set Interplus 356 in einer Spraydose. Beziehungsweise in zwei Dosen sind es ja. Das musst du ja mischen. Weißt du ja. Das kriegst du dann von mir zugeschickt. Ja, das war es schon. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Das kommt heute auch noch um, ich glaube, circa 20 Uhr, wenn es mich nicht irrt. Aber bis dahin, viel Spaß und Tschüssi.